Und nun war es so, dass wir in Dreiergruppen arbeiteten. Absprachen trafen immer einer von jeder Dreiergruppe. Wir trafen uns irgendwo, wo man nicht belauscht werden konnte, um Aktionen vorzubereiten. Ob das Flugblattaktionen waren oder Plakataktionen oder später dann, als wir merkten, damit erreicht man nicht genug. Sabotageakte, das spielte dabei keine Rolle. Wir haben also als ein halbes Jahr nach dem Einmarsch die zwei größten Betriebe in Eger, zwei Fahrradbetriebe, zur Hälfte umgestellt wurden auf Rüstungsproduktion, gedacht, jetzt ist die Stunde gekommen für eine große Plakataktion. Und in der Tat hat jede Dreiergruppe zehn Plakate in der Nacht geklebt und von einer Ausnahme abgesehen. Das war der Marktplatz gegenüber der SS. Die Plakate wurden entfernt. Alle anderen Plakate klebten und am Morgen gingen die Leute an diesen Plakaten vorbei, auf denen stand, so wird der Krieg vorbereitet, wehrt euch rechtzeitig, weil es zu spät ist. Die Plakate klebten. Nur als wir dann analysierten und fragten, was haben wir erreicht? Wir hatten ja gelernt, illegale Arbeit muss die Massen bewegen. Dann merkten wir, wir haben wenig erreicht. Und dann haben wir gesagt, gut, da eine härtere Gangart. Und da viele von uns mit Sprengstoff umzugehen wussten und Zinsschnüre hatten, haben wir, da Eger, meine Heimatstadt, Eisenbahnknotenpunkt war, und da also eine strategisch wichtige Strecke von Eger über Hof nach Berlin führte, die andere über Karlsbad Reichenberg nach Breslau, die nächste über Margretwitz nach München und eine andere über Frankfurt nach Westen, haben wir gesagt, wir werden die Bahngleise sprengen. Das haben wir gemacht. Und sie haben zwei Tage auf dieser Strecke keine Rüstungstransporte, keine strategische Transporte durchführen können, auch keine Personentransporte. Sie haben eine Weile gebraucht, um das zu schaffen. Und sie konnten nicht herausfinden, wer war das.